Augsburg hat sich in den letzten Jahren unglaublich entwickelt. Egal ob man in der Innenstadt unterwegs ist, in den Stadtteilen oder im Sieben-Tischwald, die Menschen freuen sich einfach an ihrer Stadt und an dem Leben hier und das macht mich als Bürgermeisterin natürlich auch glücklich und zufrieden. Ich arbeite unglaublich gerne für die Menschen in dieser Stadt und bringe mich auch gerne weiterhin dafür ein, dass es den Menschen hier gut geht. Das ist die, dass die Leute hier gut geht. Also, ich arbeite mit allen